Wie du deine Brust zum Wachsen bringst, erfährst du in diesem Video. Die Brustmuskulatur zählt nach wie vor zu den Schwachstellen an meinem Körper. Ich habe mein Training umgestellt und setze jetzt vermehrt auf Isolationsübungen und gerade viele Übungen am Kabel, weil hier einfach der Vorteil ist, dass der Brustmuskel in beide Richtungen arbeiten muss, also sowohl nach vorne als auch dann bei der Rückwärtsbewegung. Ich habe aber nach wie vor auch das Training mit freien Gewichten im Programm, aber der Schwerpunkt ganz klar auf geführten Maschinenbewegungen bzw. am Kabel. Ich habe dir mein Brusttraining abgefüllt und vielleicht kannst du die ein oder andere Übung auch in dein Brusttraining übernehmen. Ich freue mich natürlich auf ein Feedback, wie dir mein Training gefällt. Und dann sehen wir uns gleich auf der Trainingsfläche. und dann sehen wir uns gleich auf der Trainingsfläche. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.